Wer sich am Markt halten will, muss innovativ sein. 2010 stieg die Nachfrage im Telekommunikationsbereich explosionsartig an. Doch die Gewinne wurden schmäler. Die gefurchtete Komodifizierung war Realität geworden. Der Wert der Angebote für die Kunden muss gesteigert werden. Orange ist mit 43,5 Milliarden Euro ein führendes Telekommunikationsunternehmen, das in 220 Ländern und Gebieten agiert. Durch Cloud Computing haben wir unser Unternehmen neu ausgerichtet. Cloud Computing revolutioniert die IT. Storage ist eine zentrale Komponente unseres Cloud Computing-Geschäfts, die Grundlage für Innovationen. Im Zeitalter des Cloud Computings können sich Kunden wirklich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, indem sie ihrer IT-Infrastruktur einem Partner anvertrauen. Mit dem Wechsel in die Cloud können Kunden leichter und schneller neue Chancen auslösen. Ohne hohe Investitionskosten. Daten sind das höchste Kapital. NetApp steht im Mittelpunkt unserer Cloud-Angebote. NetApp ist prädestiniert für den Betrieb von Cloud-Lösungen. NetApp unterstützt uns dabei, unsere ambitionierten Umsatzziele von 500 Millionen Euro im Cloud-Segment bis 2015 zu verwirklichen. Nur dank NetApp konnten wir dieses Potenzial vor der Konkurrenz ausschöpfen. Die Technologie und die Unterstützung von NetApp waren maßgeblich für unseren Erfolg im Cloud-Segment. Innerhalb eines Jahres verdreifachte Orange die Anzahl seiner Cloud-Kunden auf über 500 weltweit. Und bis 2015 wird ein Anstieg auf über 5000 erwartet. Mit dem weltweit größten Datennetzwerk hat Orange sich innerhalb kurzer Zeit neu ausgerichtet. Sein flexibles Computing-Modell weist Cloud-Service-Providern den Weg in die Zukunft. Weitere Informationen zur Erfolgsgeschichte von Orange finden Sie unter netapp.de. ... Vielen Dank.